Zeit ab. So weit wie möglich zubefliegen und Sonderfahrung. Unglaublich, dass Sie uns mitten in bretonianischem Territorium angreifen. Wo haben Sie gesteckt, Professor? Die Kolonien stehen kurz vor einem Krieg. In praktisch jedem System wurden Rheinland-Schiffe gesichtet. Dieser Rheinländer sagte, alle Wege aus Leeds seien blockiert. Was machen wir? Wir kämpfen. Wir Neon und Stokes. Wachsam bleiben. Das ist nicht gut. Ah, verdammt! Zum letzten Mal. Ihr mit dem Artefakt. Holen Sie es doch! Schiffe im Anflug. Tent, halten Sie sie von Sinclair und Quintain fern. Hier schmilzt Anlage Stokes. Wir werden von Rheinwehr-Kriegsschiffen angegriffen und brauchen Hilfe. Bin ich schon da? Das sind nicht ihr, die muss angegriffen werden, sondern ich bin das. Verdammt, die Scheiße. Ich bin hier da, du springen. Winkel. Das will ich probieren. Ich weiß, das ist nicht möglich. So ist es dann noch ein Kussprodukt. Top 1. Mit der Ruhe. Hier schmilzt Anlage Stokes. Wir werden angegriffen und brauchen Hilfe. Ja, ich bin ja schon da. Ist das die Kacke? Wow! Schiss, ey, jetzt. Geh mehr da. Ja genau. Hull dir auf mich los. Zwei abgeschossen. Die beiden anderen haben sich getarnt. Unbekannte Schiffe. Hier schmess Anlage Stokes. In ganz Leeds werden Rheinland-Schiffe in großer Zahl gemeldet. Am besten landen Sie, bis die Krise vorüber ist. Negativ Stokes, keine Zeit dafür. Wir müssen raus aus Leeds. Trennt, benutzen Sie die Handelsroute. Okay. So. Achso, hab ich schon. Hätte ich ja schon undocken geklückt. Aber undocken wäre nicht einmal so schlecht, wenn wir fänden da ein paar Sachen. So zum. Überleben. Zum Nicht-Sterben-Modus. Oh Gott, hier ist das Sprungtor frei. Es ist der einzige Weg raus aus Leeds. Ja, das ist nie. Wenn der sagt, wo wir Wege sammeln, blockiert ist, dann sicher nicht. Was immer uns dort erwartet. Wir müssen Ihnen genug Zeit verschaffen und dann nach Tau 31 springen. Oh Gott. Bereit machen. Oh mein Gott. Ein Rheinwehrkreuzer versperrt das Tor. Wir haben keine Chance. What the fuck? Laut das Ende. Es gibt keinen Kommen. Geben Sie sofort auf. Ihr Dummköpfe. Ihr werdet vernichtet. Trennt den Kreuzerangreifen. Versuchen Sie die Türme auszuschalten. Ihr Außenbotsklarzko. An alle Bretonnierschiffe. Wir werden angegriffen. Wiederhole. Ihr werdet angegriffen. Scheiße. Der schenkt mir ordentlich, alter. Ey, Tobias. Tobias. Ich werde schwer getroffen. Mein Schiff hält nicht Messiel aus. Meine Hülle gibt nach. Ja, meine auch. Wow. Ich nehme mich nicht um eine Schutstückbatterie. Das ist ziemlich kacke. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht bald einmal um die anderen kümmern. Von dem Kreuzerangreifen anscheinend. Jetzt sah man. Geschafft. Tritt eine Reitmehrflotte ist nur Minuten hinter uns. Hier haben wir nicht reichen. Zerstören wir die Jäger und dann weg hier. Zerstören wir die Jäger und dann weg hier. Ja, das hast du gerade schon mal gesehen. Ja. Oh, 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 oh. Oh, da geht's ab. Ich glaube schon. What the fuck? Was soll das jetzt? Ich habe mich gerade verhängt, oder was? Wie ist denn? Äusser. Oh Gott, wo ist denn der letzte Zeit äusser? Kann aber eine Schutstückbatterie filmieren, ist das? Hier Glasgow, Radar ist sauber. Keine weiteren Feindkontakte. Sie kamen gerade recht. Glasgow, wir müssen diese Leute hier wegbringen. Wenn wir durch sind, muss das Sprungtor gesperrt werden. Bestätigt. Viel Glück. Das Bretonien Militär wurde alarmiert. Sie werden bald hier sein. Viel Glück, Glasgow. Los, Tritt. Aktivieren Sie das Sprungtor. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, ich versuch's ja gerade. Jetzt geht's. Na gut. Das war jetzt scheiß knapp. Und keine Schutstückbatterien, gar nichts mehr. Das ist nicht gut. Ein Philosoph würde sagen, shit happens. Unser Dank ist Ihnen sicher, Mr. Tobias. Ah ja. Okay. Holmen. Du merkst, es geht so eine ganz neue Zubeflüge. Und dann erst auf einen Dock und flicken. Und dann... Spaut mir noch ordentlich Zeit. Woher wollten Sie denn? Als ich Chris kennenlärmte, sagte er mir, wenn ich in Suche, soll ich mit dem Barkeeper auf Shinkaku reden. Ist das ein Planet? Eine Samura-Station. Sie wurde bei dem großen Methanfeld in Tau 29 gebaut. Etwas abgelegen, aber nicht allzu weit von hier. Wir nähern uns Holman. Haltet die Augen offen. Wenn Reitländer hier sind, haben wir diesmal kein Überraschungsmoment. Radar ist sauber. Anscheinend haben wir sie abgeschüttelt. Die nächste Handelsroute bringt uns zum Tau 29 Tor. Von da ist es nur ein kurzer Flug nach Shinkaku. Woher ist es? Das ist doch nicht so. Ja. Ist aber gescheit weit weg. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, da kommt jetzt nichts irgendwas an. Warte, dass wir... Wie gesagt... Boah, wir hätten nicht nur noch mehr 24 Raketen. Oh mein Gott. Nerven wir freiwillig. Ich weiß nicht, dass keine Schiffe hier sind. Außenposten, Hollmann? Bitte melden. Hier stimmt eindeutig was nicht. Eine Falle. Wir haben nur eine Chance. Schnell, mir nach. Tobias, wir halten Sie auf. Bring diese Leute in Sicherheit. Los. Oh. Danke, meine Freunde. Okay, flieg, flieg, flieg. Oh, mein Gott. Das ist die Handelsroute zum neuen Tau 23 Tor. Es wird hier noch daran gebaut, aber wir sollten sie benutzen können. Okay. Äh. Wie soll ich das jetzt machen? Fliegen wir da mal so? Oh. Ah, da. Anpackung. Alles ist ein Schlachtschiff da da. Ah, gott. Ops. Double-click. Ah, da sieht man alles schön. Komponente, Komponente. Ah. Okay, was haben wir da? Komponente. Ich bin natürlich nicht gehofft. Von hier sollte die Route benutzbar sein. An alle. Rein in die Handelsroute, schnell. Echt ja, schnell, schnell. Ein wieder. Wie ist unser Plan? Das Tau 23 Tor funktioniert noch nicht. Am besten wäre Planet Harris. Aber der ist weit weg von hier. Überleben, das ist der Plan. Also, ist das hier eine Sackgasse? Sie haben die Handelsroute unterbrochen. Na, mehr Reinwerker wenden. Wir erreichen den Planeten Harris nicht von hier aus. Aber es gibt ein intermittierendes Sprungloch in der Nähe. Funktioniert vielleicht nicht, ist aber unsere Rente zu geschossen. Ich lade die Koordinaten hoch. Wir müssen die nun etwas zeitverschritten. Trent, wir beide bleiben und kämpfen gegen die Korvetten. Alle anderen fliegen zu dem Sprungloch und warten da auf uns. Verstanden. Die Blick. Okay, Trent, Sie und ich gegen zwei Korvetten. Mal sehen, was Sie gelernt haben, seit Sie von Leeds weg sind. Bezielen Sie auf Ihre Triebwerke, DCT-Schwachpunkt. Ja, bin schon dabei. Wow, wow, wow. Verdammt, verdammt. Scheiß Raketen da. Wir sind doch nicht so leichte Beute, was? Nö. Das reicht. Die anderen müssten beim Sprungloch sein. Nichts wie weg hier. Hoppla. Miss me. Miss me. Anfliegen. Kommst der mit? Ja, kommt mit. Da ist ja schon ein paar schöne Regenbogen da. Wunderprächtig. Achso, du siehst, weil da so viel Eis ist und Feuchtigkeit und... Die ist ja cool. Haben Sie da echt was überlegt? Mhm. Andauern. Sie folgen uns nicht. Hoffentlich ist das Sprungloch phasengleich, sonst haben wir ein Problem. Gut gemacht, Junge. Ich bin stolz auf Sie. Da sind Sie ja. Wir wollten schon wenden und nach Ihnen sehen. Werden Sie verfolgt? Nein. Wir müssen das System verlassen. Nö. Ist der Status des Sprunglochs? Ich habe Messungen vorgenommen. Scheint phasengleich zu sein. Wir sollten es benutzen können. Gut, worauf warten wir? Auf geht's. Trennt Sie zuerst. Ich sorge dafür, dass uns keine Reihenländer folgen. Andauern. Andauern. Nicht geschickt. Ah, endlich. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal zu einem Shop kommen. Weil sonst... Sonst fällt mir schief auseinander. Wow. Keine Spur von Ihnen, aber die kommen bestimmt wieder. Das schaut sehr schön aus. Wir müssen weiter. Shinkaku ist nicht weit. Trennt. Sie fliegen voraus. Wir sind nahe Station Shinkaku. Trennt, ich habe die Koordinaten hochgeladen. Übernehmen Sie die Führung. Wir stehen wieder in Ihrer Schuld, Mr. Tobias. So, ich wünsche Ihnen schon, er hätte die auch gern. Wenn man eine Offizie, die in Bretonien angreift, könnte das zu einem ausgewachsenen Krieg führen. Das verstehe ich nicht. Glauben Sie, dass das Artefakt der Grund für dies alles ist? Könnte sein. Wir brauchen einen sicheren Unterschlupf, wo wir das Objekt analysieren können. Kaum zu glauben, dass alles von einem Barkeeper abhängt. Hoffentlich war das kein Witz von Cass. Oder eine Falle. Es hängt ja alles von einem Freelancer ab, also in dem Spiel. Hallo? Warum nicht der Barkeeper? Der Barkeeper des Schicksals. Ah, ja. Oh, 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 okay. Glück gehabt. Wir sind fast bei Chicago. Fast, ein bisschen älter, glaube ich. Ich lande und rede mit dem Barkeeper. Wir sollten alle landen, Reparaturen durchführen und Waffen kaufen. Trennt sie zuerst. Jippie, Waffen kaufen. Bestätigt, Anflugerlaubnis zum Dock erteilt. Sie dürfen jetzt zum Dock 1. Dankeschön. Oh Gott, ist das Dock 1 wieder ganz woanders. Ihr macht's mich fertig, Menschen, echt. Wo fliegt denn der jetzt hin? Ist ja nicht zum Aushalten. Ach so, das haben wir. Ey, die haben da wunderbare Aussicht. Wahnsinn. Und auch so Aussicht haben. Mit diesem Fenster schaut er mich hier da so Aussicht haben, wirklich. So. Kaufen. Oh Gott, wir sehen uns das gleiche mit Schutzbatterien. Lass mal die nicht vergessen. Im Frachtraum geladen. So, Nanopods haben wir noch. Leichter Jäger. Klasse. Oh. Oh mein Gott. Das kostet wieder alles zu viel. Ich will mir das nicht gut kaufen. Aber ich muss. So, jetzt muss ich da auch. Oh, da kann ich wieder was zum Verkaufen. Zirka, 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 zirka. Aber dafür muss ich mir das wieder nachkaufen. Den Frachtraum geladen. Jetzt fühlt man da sicher. Das Ansehen. Denen. Ja. Die war da cool. Die täte sich schon rechnen. Was haben wir denn eigentlich? Was müssen wir denn jetzt jetzt machen? Achso, außerhalb. Okay. Schauen wir mal in der Bar. Weil da kann man nämlich über das das anziehen. Leute. Erhöhen. Oh, hallo. Hier ist gerade nicht nach einem Drink. Haben Sie was anderes? Neu hier, oder? Äh, klar. Ich glaube, ich kann Ihren Ruf wiederherstellen. Sehr preiswert. Okay, ich bin ganz ohr. 53.000 Credits. Ja, genau. Ja, ja, ich bin zügig. Ja, ich bin zügig. Kommen Sie wieder, Trend. Bist du deppert. Ja, was mache ich jetzt? Verdammt, ich kann nicht mehr mit dieselben Waffen mal angucken, da. Haar-Treibstoff, Essens-Lationen, verdammt, vielleicht hat er andere Waffen, aber nicht, dass ich hier arbeiten könnte, ein bisschen, aber man muss erklären, da weiter, in der, in der Story, haben wir irgendwas, was weniger schockt. So, wenn man ein Schaden macht. Um Schaden, Scrabler. Hm-hm. Was ist das? Aha.